Dühdüh, lechtern! Was ist chillig im Busch? Die OP-Gamer wieder von letztes Mal. Da wollte ich auch frei rein. Gibt's doch was? Weißt du nicht, ich hab mich nur versteckt. Du hast so oft denselben Gedanken. Wollen wir vielleicht mit dem Ding nicht irgendwo in den Wald fahren oder so? Na, ist das Ding weg? Ja gut, stimmt auch wieder. Da können wir es in Ruhe reparieren. Da hast du wie immer recht, Kevin. Eigentlich werden wir gleich runter geschossen, aber egal. Äh, Zombie, ich bin ein Zombiespiel. Wollten wir die Zombies nicht irgendwie ablenken? Ja. Jetzt haben wir mehr als vorher. Wollen wir das Fahr auf? Ja. Nein, falscher Sitz. Kann nicht sein. Steig halt auf. Oh Gott, oh Gott. Steig halt auf. Raus hier. Was ist denn überfahren? Ist mir egal. Mörder. Am besten rechts hoch gleich. Keine Frames, viel zu laut. Oh. Horn zu, Augen zu. Ne, Augen nicht zu. Hier den Berg hoch oder was? Ja, hier kommen wir nirgends rein. Doch, hier. Einrangieren. Links, rechts, links, rechts. Was ist denn alles kaputt? Kannst du mal gucken? Hülle, vier Tank und Wheels. Wheels. Also ein Wheel habe ich. Engine Part habe ich auch. Das machen wir richtig heide, das Ding. Und vier Tanks? Vier Tank habe ich. Aber ich habe auch kein Scrap Metal. Aber Engine ist grün, ne? Aber ich glaube, das hat es auch irgendwie mit 46 Prozent oder so. Hier? Im Haus oder noch weiter? Weiß nicht. Was sagst du? Ich weiß nicht. Safety first. Ist halt nicht richtig. Safety first, dann müssen wir jetzt alte vier machen. Okay. Okay. Aber hier auf dem Berg bitte nicht. Ne, hier vielleicht, hinter den Bäumchen da. Was vielleicht ganz cool, ja. Dann fixen wir doch das Ding schnell und dann... Fix it, baby. Und dann hat der Server sich das nicht gemerkt. Und dann... Hm. Okay. So. So, wo sind denn die Engine Parts? Äh, Fuhle. Fuhltank Parts. Ich mach mal dran, ne? Okay. Repair Vehicle. Repair. Repair. Fuhle. Okay. Okay. Repair. Engine. Wheel. 69. Front. Back. Nach hinten brauchen wir einen guten Reifen, oder? Für die Wheelies. So, Fuhle Tank ist dran. Fuhle, nice. Woll. Ja, ich hab noch was anderes. Habe ich noch einen Engine Part, brauche ich noch einen. Habe ich leider nicht. Ah, hast du Angst bekommen? Ah, ein bisschen. Ja. Jetzt kann ich die Waffe mit Doppelsteuerung nicht senken. Engine 42% tun. Das ist nicht viel. Warum drehst du nicht weg beim Reparieren? Das macht man doch nicht. Ach so. Screenshots. Wir können ja auch Teile ausbauen. So. Oh. So. Dann Fahr mal. Boah. Das war laut. Was ist mit dir kaputt? Das war laut. Da oben. Die Witter und so weiter. War ich übel. Fahre mal zu Trader City Linsburg. Du verkaufst irgendwas für Max. Und ich könnte auch mein Night Vision in Geld verwandeln. Das bringt ja glaube ich auch ein bisschen was. Aber wir könnten vielleicht auch unser Motorrad verkaufen. Damit dann ein Auto kaufen. Das wäre vielleicht auch was. Wenn das klappt. Wildschwein. Fuchs. Fusch. Fettes. Fetter Fuchs. Zuerst mal eine Straße wieder finden. Hier links oder? War doch die Hauptstraße. Da wo wir fahren müssen. Sicher? Ja ich würde sagen. Wow. Der Blitz ist da vorne eingeschlagen. War gut aus? Irgendwie schon ja. Nur habe ich jetzt leicht Angst. War ja. Ich war gerade auf der Map. Kannst du noch nicht sagen. Wusstest du, dass mein Ama3 vom Blitz getroffen werden können? Boah. Äh. Äh. Ja. Sogar im Hedi. Sogar im Hedi oder? Ja. Ja. Das wusste ich. Im Hedi wusste ich. Aber so zu Fuß auch? Das weiß ich nicht. Okay. Oh. Base. Vorsicht. Gewitter. Wo? Krass aus die Base. Ich baue eine Base. Aber ich will keine bauen. Ich bin zu faul. Ich auch nicht. Aber wenn ich so die Baumaterialien schnell finden würde. Dann würde ich schon mal gerne so. Muss ja nicht so groß sein. Einfach so. Ein bisschen zum Sachen safen und so. Ist ja ganz gut. Ja. Eine Barriere vor dem Haus. Fertig. Genau. Wo wir einfach ein bisschen. Ein Safe rein. Genau. Wo wir ein bisschen Sachen rein tun können. Hier geht es ja eigentlich fast nur um Waffen. Und das war ein bisschen Equipment oder so. Muss das ja gar nicht sein. Taxi. Platt. Platt. Da kommt wieder irgendwas großes. Da ist bestimmt auch eine Base oder? Ja. Oha. Ich verstehe nicht wie man an so einer. Oh Gott da ist ein Heli drauf. Wie man an so einer Hauptstraße so eine riesen Base ungestört errichten kann. Übel oder? Schau dir das mal an. Heftig. Hut ab vor all den Leuten die sich so einen riesen Scheiß hier errichten. Mit legalen Mitteln. Schau mal. Überall ist gesichert man. Ja auch unten man. Krass. Also das brauchst du nicht allein. Ne auf keinen Fall. Da brauchst du die Hilfe von. Ich heiße Angela Anaconda Hack. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Ja dann Angela Anaconda Hack. Oder wie hatten wir es vorhin. All you can hack. Einmal Zahlen hacken. Da war noch ein Quad. Hey Quad. Quad. Yeah. Hacken bis du satt bist. Die Sonnenblumen schauen aber auch nicht gesund aus hier. Was schaut nicht gesund aus? Die Sonnenblumen. Okay. Aber das Auto sah gesund aus. Ist alles zu viel Risiko. Ja. Angst. Ich hab schon alte vier hier gedrückt. Muss man noch loslassen. Ich bin mir schon wieder zu sicher irgendwie. Wie weit haben wir denn noch? Ich geh mal ganz kurz auf die Map. Zwei Kilometer. Drei ja. Drei oder drei? Zwei. Okay. Oh mein Gott. Heli landet vor uns. Oh fuck. 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 War gar nicht auf der Map. Ach man. Scheiße. I'm on one. 1,6. Deine Waffe sieht cool aus Kevin. Ja. Nur dein Skin schaut zum Kotzen aus. Ja. Dann hab ich von jemandem geschenkt bekommen. Der hat gesagt. Mann der ist richtig cool. Der muss dich aber ganz schön hassen. Ja. Hab ich auch das Gefühl. Mit solchen Leuten würde ich nicht spielen. Nee. Würde ich auch nie machen. Dann ist ja gut. Einen Kilometer Kevin. Woo. Ein Real Enclosing für ein Gold verkaufen. Yeah. Yeah. Mann ich ja gar nichts. Wenn jetzt irgendwie ein Fahrzeug kommt oder so. Das ist so laut das Motorrad. Brrrr. Motorrad. 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 500. Dann direkt in die Safe Zone. Vollgas rein. Ja. Ohne zu bremsen. In die Wand. Rollen Trailer. Bam. Wir könnten es schaffen. Wir müssen gleich bauen. Garantiert. Garantiert. Rechts. Truck. Fuck. Fuck. Stopp. Keine Bremse. Aber wir sind in der Safe Zone. So. Auf jeden Fall ist noch zu. Warte doch mal hier rechts hin du. Vor dem Trailer. Vielleicht können wir das Motorrad verkaufen. Boah. Oh. Wie viel wir das verkaufen können. So. Schauen wir mal. Trailer Menu. Bikes and ATVs. Tatsache. Könnte ich verkaufen für 1 Gold. Also ich. Schau mal. Verkaufen wir es direkt? Ja. Wir kommen 3 Gold zusammen oder 2 brauchen. Natürlich. Ich habe ja noch ein Night Vision. Yes. Schauen wir hier die Tore auf. Wie das knattert. Hm. So. Verkauft. Nice. Gut gemacht. Cannot fire. Ja. War jetzt keine große Aufgabe hier. Ja. Toolbox. Habe ich mir direkt den Rucksack. Verkaufen wir eine aktuelle. Okay. Welcher von euch Hurensöhnen will ein Night Vision kaufen? Bestimmt. Ja. Ohne Headshot. Bestimmt du. Ne. Na gut. Ich tue jetzt auf jeden Fall mal das hier nicht mit aufnehmen. Weil es dauert wieder zu lang. So. Angst. 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 Kevin. Mach mir Mut. Alles. Alles. Wollen wir da unten diese einzelne Arschbaracke auch mitnehmen oder gleich hoch fahren? Wollen wir gleich hoch oder heizen wir einfach immer hier durch? Ja. Und die Tieren offen. War es auch offen? Kacke. Jetzt habe ich Angst Kevin. Ich auch. Warum ist er offen? Ist auch alle offen. Oh fuck. Am besten parke ich vielleicht außerhalb der Mauer oder? Vielleicht besser. Oh Gott. Ist der lahm. Lahm und laut. Okay. Raus. Lock. Lock. Okay. Lock in lock. Aber gerade aus dem Zombie gespawren kann das sein, die spawnen offen kann das sein? Ja oder es war einer da und ist schon lange wieder weg. So schnell meinste? Weiß ich nicht. Die Zombies spawnen gerade erst und kommen einfach da raus. Ja dann geh ich mal rein. Deck dich mal mit der Sniper ja? Jo. Jetzt ist da hinten ein Zombie rumgerannt. Ah der kommt zu mir. Okay. Hab gedacht. Ne Shotgun. Da war doch schon was Verkaufbares. MK12 SPR. Geil. Nice. Ist das schon schlechtes Wetter? Puh. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also sind auch genug Plätze. Schwupp. Ich glaub das. Na toll. Ich muss schießen. Nichts SD mäßiges? Ne. Okay. Das ist nicht so schlimm. Daneben. Geil. Ich muss hier raus. Ich hab nur einen Mech für die Handvoll Waffe. Du hast einige Zombies. Mama. Ich bin wieder beim Auto. Okay. Cannot fire. So. Dann geh ich jetzt mal in die linke Baracke. Da scheint er grad weniger los zu sein. Ich hab mir einen leichten Überblick über alles. Aber auch nicht zu viel. Ja. Hauptsache. Hauptsache du schützt mich so ein bisschen. Nur fürs Gewissen. Also wenn jemand aufs Gelände kommt, kann ich das sehen. Nur ganz vorne den Eingang sehe ich nicht. So. Was bist denn du? 75 round rpk. Müll. 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 Eine Glock. Ja. Nimm doch mal mit. Ja. Klingt auch ein bisschen nass. Was waren die Smoke Grenade? Die haben gleich mal mit. Silber gebracht. Ja. Ein Silber. Die für den Unterlauf Banatwerfer? Nein. Nein? Okay. Dann weiß ich nicht ob die auch mit Silber. Vielleicht zwei. Vai. Ja.